Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest, we are more to frown. Ja, ihr werdet einige Veränderungen sehen, und zwar meine P-Bikeysgröße und Dingskirchens. Das liegt daran, dass ich eine Aufnahmepause gemacht habe und dummerweise das Spiel beendet habe, weswegen ich hier den ganzen Weg zurücklaufen muss. Ich habe aber versucht, so wenig Monster wie möglich zu töten und die ganzen Schreien habe ich mir auch mal gespart. Deswegen machen wir ganz normal weiter da, wo wir aufgehört haben. Äh, Monster kloppen. Oh ja. Und, ähm, ja. Die Scheune werde ich nicht öffnen, auch nicht die Truren hier, weil ich das ja schon mal hatte. Okay, die Truren noch nicht, aber ich bin nicht zu faul, um die zu öffnen. Deswegen werde ich in diesem Grab mal ausnahmsweise nicht alle Truren und so öffnen. Aber das ist echt nur eine Ausnahme, gewöhnt euch jetzt gar nicht dran, ja. Ich habe auch nur eine Sache aufgesammelt und das ist hier der Veteranen-Kurzbogen, weil ich, das ein grüner Gegenstand ist, der gerade getroppt ist bei einem der Viecher. So, da ist er. Der Tyran. Mit den ganzen Schergen, die wir erstmal im Plan machen. Ja, er ist gelähmt, wie ihr das gesehen habt. Das, ähm, macht unsere Rüstung. Ist das unsere Rüstung? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Aber, es ist mir auch relativ glatte wie Hose. So, ab jetzt geht es wieder dran, alle Sachen zu öffnen. Gehen wir halt einfach nur darum, dass ich keinen Vorteil zur letzten Aufnahme habe. Ja, so ist das schön. So, ab, 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 ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, da fehlt etwas. Ich gucke mal kurz was nach. So, war doch alles in Ordnung. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, ich habe den Seumix jetzt nicht angemacht. Und das wäre fatal, weil dann hättet ihr keinen Sound. Das geht natürlich nicht, das kann ich nicht zulassen. Guck mal, sehen, wie ich mich um euch kümmere. Ja. So. Ja, das hatten wir schon mal. Ja. Die Nebenaufgaben hier haben wir auch erledigt. Das heißt, wir können uns weiter auf die Suche begeben. Wie gesagt, ich bin hier straight durchgerannt und habe versucht, keine dieser Mistfücher zu töten. Ey, da ist ein Heldmonster. Hat doch was gebracht. So. Noch mal Erfahrung abgegrast. Weiter geht's. Nein. 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 geht es wieder daran alle monster zu töten usw also jetzt mache ich wieder alles erkunden monster töten und alles ausbeuten ich hab ein ohrwurm so wir müssen wie gesagt immer noch den teciner daran händen das Artefakt zu zerstören und deswegen müssen wir schnell dahin zum palast ach gott deswegen hasse ich minotauren so die betäuben man nämlich auch hat bis jetzt nur medusa gemacht und die habe ich abgrundtiefgas dafür die olle sau kann ja nicht sein dass wir einfach betäubt werden also unglaublich k wer hier schweine das ist wieder in essence getroppt wir wieder ein glück Noch mehr kannst du nicht halten. Noch mehr kannst du nicht halten. Ja, und wieder zurück zur Stadt und Sachen verkaufen. Also das Übliche. Denn dann hab ich einen Ohrwurm. Tag und Nacht hab ich einen Ohrwurm. Hast du etwas, das verstaut werden muss? Ja, sogar ganz viel für dich, mein junger Freund. Ah, so viel ist es nun auch nicht, aber... Nehm's einfach und halt die Klappe. Da könnt ihr sehen, das geht nicht, deswegen müssen wir die echt immer wieder rausnehmen. Was recht nervig ist. So. Alle vollkommen. Händen reich mal oben hinauf. Ja. So viel haben wir schon vollkommen. Warte. So viele. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Händler. Mein Laden ist nur noch ein Schatten seines ehemaligen Ruhmes. Wir sind schwere Zeiten angebrochen. Aber kann ich dir vielleicht trotzdem helfen? So. Viel Glück. Komm herein. Ich hab echt einen Ohrwurm von diesem Lied. Das ist unglaublich. Beehre mich bald wieder. Ja, ich mach das auch irgendwann, wenn mein Inventar wieder voller Sachen trotzt, die du bekommen sollst. Ja, Medusa haben wir ja schon getötet. Sie kam übrigens auch im Intro vor. Wie zum Teufel kommt ihr denn da hin? Geil. Total unnötige Energieverschwendung. Egal. Man darf ja auch mal seinen Spaß haben, ne? Dafür ist es ein Spiel ja da, dass man seinen Spaß hat. So. Steht's drüber. Was haben wir denn da wieder? Gold. Dead Night. Es ist echt unglaublich. Ich hab von diesem Lied echt einen Ohrwurm. Das ist nicht zu fassen. Hallo. So. Doppelte. Doppelachse des Könns. Und noch viel mehr. Und wieder ab über die Brücke. Schusch. Das kennen wir ja schon alles. Hallo. Und da ist ein Händler. Können wir auch gleich ein bisschen was loswerden. Etwas vergessen? Ja. Ich hab die zwar noch nie gesehen, aber ich hab natürlich etwas vergessen. Wiedersehen. So. Gehen wir mal weiter. Ja, wir scheinen der Sache näher zu kommen, weil hier schon mittlerweile sehr viel mehr festigter Weg ist. Gehen wir mal weiter. Ja. Ja. Bleiben einfach stehen. Und schon wieder etwas Runenstäbe, die aber schön gelb sind. Und noch mehr reines Gefieder. Ja, ja. Immer mehr reines Gefieder. Ich versteh schon. Man soll also rein sein, um hier hinzukommen. Ja, wir haben jemanden anscheinend jeden Oberkörper abgehackt. Da ja nur die Beine sichtbar sind. Ja, das sieht doch schon nach Palast aus. Palast von Knossos. Ja. Dummerweise sind hier auch wieder sehr viele Untote, wie ich da oben erspähe. Sehr viele Untote. Oh Gott. Auf die Magier. Magieschaden ist nämlich was Böses. Das hat mir meine Mutter schon erklärt. Also, warum hat die Magierie zu tun, als soll er ausgerottet werden? Geister, oh ist weh. Nein, also, ähm. Wir machen da mal weiter. Immer weiter, immer weiter. Tralalalala. Ey. Und hoch da. Und hinein. Jetzt fühle nass. Und baum's. Ja, der Klingenwirbel, der hält einen sehr viele Gegner vom Leib. Elektrostatischer Gefechtsbogen. So sehe ich auch aus. Gehen wir mal hier lang. Zombies, Zombies, Zombies. Sehr viele. Ich hab das falsch interpretiert. Das sind verfaulte Zombies. Die sind natürlich ein Riesenunterschied. Außer, dass ich Skelette-Weitwurf mache. Abgesehen davon. Aber Skelette-Weitwurf ist noch leider keine anerkannte Sportart. Das würde man mal schnell ändern. So. Da, weiter nach unten gehen wir noch nicht. Hintergrundmusik. Das meine ich mit Skelette-Beitwurf Hängt da eigentlich eins nach oben? Ja, bin ich gut Schön weit geworfen Oh, ein Heldenmonster Bevor wir uns mit denen anlegen Natürlich alle seine Gegner Boah Und den Hauptmann So, jetzt können wir uns mit denen anlegen Davor hatte er eine Feueraura Was relativ beschissen war durch den Hauptmann Jetzt hat er noch eine Frostaura Deswegen will ich nicht so schnell zuschlagen Aber wir haben zwei Essenzen dadurch gekriegt Sehr schönes Ding Und natürlich noch extra Erfahrung Was natürlich auch noch sehr gut ist Ja, das sollen wir nicht außer Acht lassen Da geht's nicht weiter Deswegen gehen wir mal hier lang Palast von Knossos Ja, so heißt die Gegend Ich wiederhole mich gerne Ich kann nicht über eine 10 cm hohe Stufe gehen Und da, Automatio Ja Neue Monster Die sehr stark sind Zumindest hier die Meister Reiten viel aus Machen Damage ohne Ende Sind also ganz Große und ganz sehr böse Zumindest die großen Formate davon Und das sind nämlich Also das hier sind die kleinen Formate Ja Weiter, 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 weiter Da haben wir wieder ein paar Zombies Untote Skelette Das weiß ich Dummerweise kommen sie gerade Voller Wartenkanal Und zugewankt Nein Sie werden uns alle töten Ja, das werden sie vermutlich wirklich Allerdings geht es erst weiter in der nächsten Episode Im Palast von Knossos Das war's von mir Eurem Nightwave Danke fürs Zuschauen Bis später